An der Uni Würzburg gestalten wir mit unseren Studiengängen gemeinsam mit dir die Zukunft, sind am Puls der Zeit und bauen auf eine lange Erfolgsgeschichte. Starte mit uns durch und gestalte die Zukunft. Schick Satelliten ins All, entwickle Technik für die Luftfahrt und neue Methoden für unsere Kommunikation mit künstlicher Intelligenz, erforsche Jahrtausende alte Kulturschätze mit modernster Technik oder bereite dich auf deine Karriere in der Politik vor, um so die Gesellschaft von morgen zu gestalten. Mit unserem Studienangebot sind wir ausgerichtet auf die wichtigsten Themen unserer Zeit. Werde Teil der Lösung, einer der drängendsten Herausforderungen unserer Gegenwart und tauche ein in die Geschichte verschiedener Weltreligionen und ihre Rolle in Gesellschaft und Politik oder stärke die deutsch-französische Freundschaft bei einem Studium mit doppeltem Abschluss. An der Uni Würzburg bauen wir auf eine lange Erfolgsgeschichte und du kannst Teil davon werden. Mach unsere Gesellschaft gerechter, wie vor dir über 20 Generationen von Juristinnen und Juristen, die wir seit 1402 ausgebildet haben. Tu es unserem berühmtesten Nobelpreisträger Konrad Röntgen gleich und mache bahnbrechende Entdeckungen in der Physik. Studiere mit Vivi, eines der traditionellsten Fächer der Welt, bei der jüngsten Professorin Deutschlands. Oder studiere Lehramt, um Kinder in der Schule aufs Leben vorzubereiten. Thanks for playing with us. Have a great day.